Leute, war's gern. Heute machen wir von Pikachu Meisterdetektiv ein Set auf mit sechs Boostern, zwei Promo-Karten, Promo-Karte, New Promo-Karte, also Pikachu auch. Und wir werden das jetzt öffnen. Oh, hier ist es mit Klebeband noch. So. So. Jetzt machen wir das hier. Ging ja eigentlich ganz schnell. Hier Pikachu als Promo-Karte. Hier sind die sechs Booster. Hier ist Mewtwo. Als Promo-Karte. Die sieht voll gut aus. Oh, die passt gar nicht aufs Bild richtig. Und hier sind die sechs Booster. Hier und hier. Und wir machen das Booster auf. Hier, das sind wir bei. Deshalb sind die vier U.S. und da kommt ja. Die vier Erschefeehund 몇 Mal. So, so, so. Die vier, die vier, sechs, fünf, vier, acht die Situation, dieçaugesehunderte, die drei, acht, fünf, vier, fünf, vier, 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 vim. Eine Holo als Ultra-Bestie. Jetzt machen wir das Buster auf mit Pikachu, Capador, Clorak und Mewtwo. Clorak, ja nur Clorak. So, jetzt wieder das da, Muster. So, jetzt wieder das Buster. Jetzt haben wir nichts. Ist ja auch nicht schlimm, man kriegt ja nicht immer was. Jetzt wieder das Buster mit Pikachu, Capador, Clorak und Mewtwo. Capador, Pikachu. Jetzt haben wir auch wieder nichts. Also der chillt. Jetzt wieder das Buster. So, jetzt wieder das Buster. Wieder eine Holo. Und jetzt das letzte Buster. Ja, wieder was mit Pikachu, Capador, Mewtwo und Clorak. Mewtwo. Mewtwo sieht auch gut aus. Also, falls euch das Video gefällt, lasst gerne einen Like da. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert mich. Und, ja. Und jetzt zeige ich euch nochmal die da. Ergänze Schicksal machen wir morgen zusammen auf. Also Mini-Tintboxen. Wenn, ja. Dann checkt's aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.